Du glaubst, du kennst dich? Du glaubst, du kannst deine Gedanken beiratschen? Du glaubst, du hast dich unter Kontrolle? Irgendwo in Europa, tief in den Bergen, mehrere hundert Kilometer von jeglicher Zivilisation entfernt, spielen sich grausame Dinge ab. In einem Haus, in dem freies Denken keine Selbstverständlichkeit mehr ist, werden unsere Prinzipien auf den Prüfstand gestellt. Die Läge kannst du, deine Gedanken beiratet und deine Fülle zuhören. Geist, du kennst dich! Hahaha! Hahaha!